Es ist eine der größten Produktaufwertungen, die wir jemals bei Porsche gemacht haben. Wir haben hier an diesem Fahrzeug praktisch wie bei einer neuen Entwicklung das volle Programm gemacht. Wir haben die Kalterprobung gemacht in der Arktik, wir haben sogar die Offroad-Erprobung gemacht in Spanien im Offroad-Gelände. Wir haben die USA-Erprobung gemacht, wir haben in Marokko Dünenfahrten gemacht. Wir haben das gleiche gemacht, wie wenn wir ein neues Projekt entwickeln. Wir haben am Fahrwerk nochmal deutlich mehr investiert, um auch die Spreizung zwischen Komfort und auch Gelände und Sportlichkeit nochmal deutlich weiter auszureizen. Wir haben ein Zweikammer-Luftfederfahrwerk eingebaut mit Zug- und Druckregelung an den Dämpfern. Ein semiaktives System und damit ist auch für den Kunden deutlich spürbar nochmal ein stabiles, sattliegendes Fahrzeug. Das sind natürlich ganz neue Herausforderungen auch an die Fahrwerksabstimmung. Ein seriöser SUV, der muss das einfach können, so schweres Gelände, auch wenn der Kunde das in der Wirklichkeit wahrscheinlich seinem Auto nicht antun würde. Aber er weiß, er könnte es. Das ist ein Versprechen, das wir da einhalten. Natürlich müssen auch zum Fahrzeug passen die ganzen Applikationen, was die Fahrbarkeit und die Fahrdynamik der Fahrzeuge angeht. Vor allem bei den PF-Antrieben haben wir nochmal deutlich einen draufgesetzt, mit größerer Batterie, höherer E-Maschinenleistung und auch das muss natürlich sauber abgestimmt werden. Es ist einfach toll, wenn er mit den Fahrzeugen im Drift um die Ecken fahren kann, trotzdem wieder kontrolliert abbremsen kann. Es ist einfach sensationell, was die Fahrzeuge wirklich auf Eis und Schnee können und trotzdem stabil dabei bleibt. Die Kälte, die gehört immer dazu, weil das belastet natürlich alles. Die Bauteile müssen das viele Eis, wo dranhängt, aushalten. Da dürfen natürlich auch am ganzen Fahrwerksteil, überall die ganzen Leitungen und so, die dürfen, wenn da kiloweise Eis dran friert, da darf nichts kaputt gehen, da darf nichts wegfallen, da darf keine Störung auftreten. Das ist natürlich eine harte Anforderung. Überhaupt die Abstimmung vom Fahrwerk, die Luftfeder, die muss dicht sein, die muss funktionieren bei minus 30 Grad. Das sind einige Sachen, die man einfach abprüfen muss. Wir machen den Fachbereichen schon Druck und zeigen alle Mängel schonungslos auf. Das ist ja unsere Aufgabe, deswegen sind wir hier. Wir haben wirklich neue Lichttechnik integriert in den neuen Cayenne, zum einen natürlich einmal vom Design, aber die Technik darin sind 32.000 Pixel je Scheinwerfer. Und es bietet unglaublich viele Möglichkeiten, die unterschiedlich einzublenden, auszublenden. Wir haben ein Baustellenlicht, wir haben ein Engstellenlicht, wir haben ein Autobahnlicht. Und das macht dieser neue Scheinwerfer alles möglich durch diese komplett neue Lichttechnik. Meine Top 3 im neuen Cayenne, das sind einmal das neue Fahrwerk, die performanten Antriebe und das wunderschöne neue Interiordesign. Und das ist schlecht. Und das ist ein Bild- und das ist ein Bild- und das ist ein Bild- und das ist eine wichtige Pfirskaffende. Vielen Dank.